So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich wollte ich gestern Abend noch was aufnehmen zu zwei Artikeln von den GO Games, also von der GO Games Seite. Was wäre, wenn Corona-Boni gegen Bezahlung und das Pokémon GO Special Weekend am 7. und 8. November in Japan. Dann habe ich gedacht, das ist aber wieder zu viel. Heute kommt der Stream zur Spotlight-Stunde mit Ineko. So, dann kommt das Gewinnspiel-Video mit Skaraborn, dann kommt das News-Video, das sind schon wieder drei Sachen. Auf einmal wollte ich das eigentlich erst weglassen, aber habe jetzt gedacht, komm, tu mal das Gewinnspiel und die Artikel zusammenfügen in ein Video. Dann habt ihr noch was zu gucken, ich komme auf 8 Minuten. Und ja, so kann man das natürlich auch machen. Das Problem ist, erstens wird draußen gesägt und gearbeitet und gemacht und getan. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, wahrscheinlich kommt in den leeren Schuhknopf jetzt doch irgendwas anderes rein, schneller als gedacht. Das zweite Problem ist, dass die Artikel plötzlich keine Bilder mehr haben. Ich weiß nicht, warum was passiert ist. Das ist aber nur auf der GO Games Seite. Die GO Games Seite lädt bei mir gerade nicht richtig, egal wo ich bin, egal was ich mache. Alles wird angezeigt, alles passt, alles hin und her. Aber wenn ich hier draufgehe, kommt immer ein Fehler und dann werden mir nur die Texte angezeigt. Es war schon mal ein Thema für die, die das interessiert. In zwei Tagen ungefähr laufen die Corona-Boni ab. Die stehen ja, glaube ich, alle nochmal hier aufgelistet oder so. Hier doppelte Rauchwirksamkeit. Rauch dauert 60 Minuten statt 30 Minuten. Erhöhte Rauchwirksamkeit. Mehr Pokémon also aus dem Rauch. 30 Geschenke am Tag öffnen statt 20. 20 Geschenke gleichzeitig im Beutel statt 10. Laufen für die GO Battle League ist nicht notwendig. Ihr könnt direkt kämpfen. Ihr müsst nicht erst eine Distanz zurücklegen, bis ihr kämpfen müsst. Die halbe Eidistanz. Trainer mit Fanrate passen, fügen gleich viel Schaden zu wie reguläre Trainer vor Ort. Weil eigentlich fügen die weniger Schaden zu. Freunde können zum Fanrate eingeladen werden. Mehr Trainer können zum Fanrate eingeladen werden. Momentan sind das, glaube ich, 10, die reingepassen, aber sonst wahrscheinlich nur 5. Man weiß es nicht. Und zusätzliche Boni hier auch. Trainerkämpfe ab der ersten Freundschaftsstufe möglich. Sonst eigentlich sowieso auch nur ab der dritten, glaube ich. Und der Interaktionsradius war ja auch verdoppelt, dass man mehr Pokestops erreichen konnte. Man mehr Arenen erreichen konnte. Ich habe von mir zu Hause hier immer nur einen Pokestop erreicht. Mit etwas Glück auch noch eine Arena. Dank der Corona-Boni habe ich zwei Pokestops und zwei Arenen erreicht. Und das war eigentlich sehr gemütlich. Jetzt also die Frage, ist es bald vorbei? Geht es noch weiter? Was bleibt? Was geht weg? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ihr hattet auch schon mal Tipps abgegeben, wo ihr sagt, diese Sachen bleiben bestimmt bestehen im Spiel. Andere Sachen werden vielleicht verschwinden. Auf was könnt ihr verzichten? Was wollt ihr unbedingt beibehalten? Kann natürlich sein, sie verlängern das Ganze nochmal. Die haben ja mal ganz kurz, bevor es abgelaufen ist, angekündigt, dass es nochmal einen Monat verlängert wird. Dann müsste das jetzt aber bald passieren. Heute Abend, morgen Abend. Denn der November ist bald um. Was wäre denn jetzt sinnvoll? Also, ich finde, das mit dem Rauch, man hat sich so dran gewöhnt. Ich fände es richtig cool, wenn das mit dem Rauch wirklich bleiben würde. Dass der eine Stunde geht und mehr Pokémon anlockt. Denn für mich war Rauch immer ein Item im Beutel, was ich komplett weggeschmissen habe. Sobald ich eine Box gekauft habe, da war Rauch drin, habe ich den weggeschmissen. Jetzt mittlerweile an den Sea Days immer Rauch angemacht. Bei den Spotlightstunden immer Rauch angemacht. Zusammen hier sitzen, zusammen streamen, mit Rauch spielen. Das ist so eine gute Sache. Möchte ich eigentlich ungern drauf verzichten. Dann, dass man 30 Geschenke öffnen kann. Wem schadet es denn? Das hätten sie von Anfang an auch machen können. 30 statt 20. Wie viele man im Beutel tragen kann. Gut, das ist mir jetzt eigentlich egal. Das Laufen in der Go Battle League. Habe ich eh nie verstanden, wieso man unbedingt laufen muss, um zu kämpfen. Aber haben wir ja auch alles schon mal gesagt. Die halbe Eidistanz, meinetwegen, können sie wieder aufheben. Nicht umsonst ist es halt ein 10 Kilometer Ei. Wenn man immer 5 Kilometer nur dafür braucht, dann ergibt es auch keinen Sinn. Dass dann Fanraider weniger Schaden machen. Können sie ruhig machen. Leute zum Fanraid einladen. Das muss auf jeden Fall bleiben. Sonst wäre dieses ganze Feature mit dem Online-Status, das Einladen der Leute, Fanraids. Das ist ein Feature. Das muss immer drin bleiben. Das können die jetzt nicht einfach rausnehmen. Das hat auch nichts mit Corona zu tun. Sondern das ist ein Feature, was einfach in dieses Spiel mit reingehört, um wirklich mit anderen Trainern zusammen zu agieren. Damit man auch was davon hat. Was habe ich davon? Ich habe Freunde. Damit die halt mal ein Geschenk von mir aufmachen und wir irgendwann mal Glücksfreunde werden, aber nicht tauschen können, weil wir uns nicht kennen. Aber zu Raids einladen, das bringt doch erst was bei Freundschaften. Trainerkämpfe ab der ersten Freundschaftsstufe kann weg in der Aktionsradius. Meinetwegen auch weg. Braucht man nicht unbedingt, wenn man wirklich irgendwo was machen will, dann soll man halt rausgehen. Und die meisten bewegen sich eh nicht mehr und machen nur noch Fanraids. Selbst wenn der Raid zwei Meter weg ist. Ach, ich bewege mich nicht. Ich werfe einen Fanraid-Pass ein. Deswegen vieles, auf vieles kann ich verzichten. Aber Rauch und mehr Geschenke öffnen soll bitte bleiben. Plus die Fanraids. Also die Möglichkeit, Leute einzuladen. Eigentlich machen die Fanraids auch ein bisschen was kaputt. Weil dadurch sieht man eben niemanden mehr an der Arena, weil alle immer nur von außerhalb plötzlich drauf zugreifen. Selbst die Leute hier vor Ort gehen nicht mehr zum Raid hin und raiden einfach aus 50 Kilometer Entfernung und sagen, ach ich seh die ja. Zack. Wenn es denen das wert ist, wenn die da ihr Geld für reinpulvern, dann können die das machen. Deswegen Niantic wäre dumm, wenn die das abschaffen. Dann aber, also was, was, was braucht ihr, was braucht ihr nicht? Was wollt ihr unbedingt behalten? Wenn ihr euch nur zwei Sachen, drei Sachen aussuchen könntet, auf was könnt ihr verzichten, was kann weg? Seid ihr da der gleichen Meinung wie ich? Dann dieses Pokémon Go Special Weekend vom 7. bis zum 9. November. Das sind also nur zwei Tage. Ist ja auch angekündigt, ne? Von Softbank 7-11, ein Event am 7. November von 11 bis 14 Uhr. Und dann Matsumoto Kiyoshi am 8. November von 11 bis 14 Uhr. Das wirkt auf den ersten Moment wie zwei kleine Sea Days. 11 bis 14 Uhr, 11 bis 14 Uhr. Normal waren die Sea Days ja auch immer nur drei Stunden statt sechs Stunden. Und ihr seht hier halt auch, es wird dort eine zeitlich begrenzte Forschung geben. Absol und Flungkiefer erscheinen wild. Auch die schillernden Varianten sind erhältlich. Ikognito erscheinen aus dem Rauch. Das ist also eine coole Sache. Leider ist das Bild wie gesagt nicht da, aber ich glaube bei dem einen Event kriegt ihr eben Absol wild vermehrt. Absol, seltenes Pokémon, könnt ihr ja eigentlich nicht wild fangen. Kam ja immer nur aus Eiern oder eben aus Raids. Wer also ein Shiny Absol wollte, musste Glück beim Brüten haben oder musste ganz viele Absol Raids machen. Gleiches gilt für Flungkiefer. Und bei diversen Events, Go-Festen, Safaris, sind die schon mal wild gespawnt. Klar, aber nicht jeder hat jedes Safari und jedes Go-Fest mitgemacht. Aber trotzdem bleibt es den Spielern in Japan jetzt vorbehalten. Die kriegen also drei Stunden Absol und Ikognito aus dem Rauch. Und drei Stunden Flungkiefer und Ikognito aus dem Rauch. Hier steht auch nochmal dabei, am 7.11. gibt es also die Buchstaben S und B mit Absol und am 8.11. gibt es M und K mit Flungkiefer. Über Shiny bei den Ikognito-Buchstaben steht hier jetzt auch nichts dabei. Also theoretisch für Leute, die Buchstaben brauchen, ganz interessant. Vielleicht auch für ein paar Spoover, die die Buchstaben noch brauchen oder die, die noch als Shiny brauchen. Ansonsten jetzt nichts, was ich brauche, was mich interessieren würde. Eine begrenzte Forschung, was es da so gibt, ist vielleicht noch ganz interessant. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Titelthema, damit ich die News untergebracht habe. Denn wir sind schon bei acht Minuten. Jetzt können wir auch sagen, was ihr machen müsst, um zu gewinnen. Es gibt nämlich wieder mal ein kleines Gewinnspiel. Das heißt, damit wir noch Zeit haben, den Ramses3000-Abo-Account hochzupulvern, hochzuknallen, müsst ihr erst mal das Skaraborn gewinnen. Und wir haben es wieder ganz leicht gemacht, denn wir wollen wieder fünf Skaraborn raushauen. Skaraborn wurde sich sehr oft gewünscht, auch in den Kommentaren. Hat viele Stimmen bekommen. Wir haben erst mal das Tropius rausgehauen wegen dem Flugcup, der nun nicht stattgefunden hat. Jetzt aber, weil Skaraborn ja auch eine Mega-Entwicklung hat und es ja gerade auch wieder um Mega-Entwicklungen geht immer. Hundemon kommt ab morgen, also ab heute Abend eigentlich. Morgen also wieder ein Hundemon-Raid zum Frühstück. Ihr müsst wie immer also, wenn ihr mitmachen wollt, den Hashtag Skaraborn in die Kommentare schreiben. Und dann wird das Ganze am Montag im Livestream um 21 Uhr ausgelost. Der Livestream beginnt natürlich wie immer, chill mit Ramses Livestream, Montag ab 20 Uhr. Und 21 Uhr ist die Verlosung. Dann verlosen wir also fünf von diesen Skaraborn an euch. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eben den richtigen Hashtag hier und das Video schreiben. Das wird über eine Seite dann gezogen. Es bringt auch nichts, wenn ihr 20 Mal den gleichen Hashtag schreibt in 20 verschiedene Kommentare. Es zählt eh nur ein Kommentar pro Person. Das wird rausgefiltert. YouTube ist da so schlau. Was noch wichtig ist, wenn ihr gezogen werdet, ihr müsst im Stream anwesend sein, um euch zu identifizieren, dass ihr das wirklich seid. Weil es viele gibt, die mit irgendwelchen Fake-Accounts mitmachen und 20 Fake-Accounts machen. Und wenn ich die den nächsten Tag dann anschreibe und die wissen, sie haben gewonnen, melden die sich mit dem einen Fake-Account zurück. Aber wenn die jetzt mit dem Haupt-Account eingeloggt sind, die können sich nicht so schnell ummelden und sagen, hier, denn wir gucken ab jetzt, dank Taubsy2go, immer direkt, ob derjenige dabei ist. Und er hat kurz Zeit, sich zu melden. Wenn derjenige nicht da ist, dann hat er halt Pech. Also, 21 Uhr am Montag, Chill mit Ramses, Livestream, einschalten, gucken. Dann gibt es 5 Scaraborn für 5 Leute zu gewinnen. Wenn einer dreimal gezogen wird, kriegt er halt 3. So ist das, tut mir leid. Und es bleibt weiter spannend. Jetzt am Montag, am letzten Montag, gab es ja wieder einen Account. Mit vielen Pokémon drauf, auch Scaraborn. Der freut sich sicherlich. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal eins zu gewinnen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns nachher wieder in der Spotlight-Stunde bei Eneko. Wäre schön, wenn ihr einschaltet. Genau, bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.